Hi Nina. Hallo. Hallo. Früh aufstehen oder spät ins Bett gehen? Spät ins Bett gehen. Spät ins Bett gehen. Pizza oder Pasta? Pasta. Pasta. Mit wem hättest du gerne ein Feature? Ähm, mit Rosalia. Boah Leute, ich weiß es auch nicht. Ich hätte am liebsten mit Rosalia ein Feature. Bist du lieber auf der Bühne oder vor der Kamera? Hm, auf der Bühne. Viel lieber auf der Bühne. Womit kann man dich provozieren? Ähm, ich hasse es zu warten. Ich finde warten ist das Schlimmste auf der Welt. Da kriege ich Aggression. Ich hasse es zu warten. Und man kann nichts dagegen machen. Billie Eilish oder Doja Cat? Billie Eilish. Doja Cat. Wann hast du das letzte Mal einen Brief geschrieben? Nicht lang her. Für zwei Monate. Ich glaube vor so einem Jahr oder so. Schon ein bisschen länger her. Ich muss mal wieder einschreiben. Beende den Satz. Wenn ich meinen eigenen Song im Radio höre, dann... Freue ich mich. Oh, ich freue mich so. Neulich habe ich so ein Uber gehört. Habe ich gesagt, Herr Uber-Fahrer, können Sie bitte lauter machen? Und dann hat er lauter gemacht. Und meinte er so, magst du die ja? Und ich so, ja, ich mag sie. Kann mein Song. War schön. Freue ich mich. Oh, ich freue mich immer so sehr. Neulich bin ich aus einer Session gekommen, also aus dem Studio. Und habe mich in ein Auto gesetzt. Und dann lief einfach Wildberry Lili. Und ich habe mich gefreut, wie als wäre es beim ersten Mal gewesen. Es ist jedes Mal wieder aufs Neue toll. Was ist schlimmer? Schwitzen oder frieren? Äh, ich hasse frieren. Boah, es ist schrecklich. Ich hasse es. Ich muss sagen, frieren ist schon sehr schlimm. Ich hasse frieren. Ja. Wenn du dir es aussuchen könntest, wo würdest du gerne ein Haus haben? Ich würde, glaube ich, gerne ein Haus irgendwo in Südfrankreich haben. Und dann kann ich immer surfen gehen. Ich hätte gerne ein Haus in Italien. Oder in Griechenland. Dieses Jahr war ich auch in Griechenland. Und es hat mir sehr gut gefallen da. Ah, schönes Wasser, klar. Du hattest eine Hauptrolle bei den Pfefferkörnern, ne? Ja. Sing doch bitte mal den Hook des Pfefferkörner-Songs. Räuber und Gangster, Gauner und Verbrecher. Wir sind da, wo keiner sucht. Wir schlagen die Galoben in die Flucht. Krimi oder Komödie? Krimi. Schon. Schon Krimi eher. Mit einer kleinen Triller-Maus. Dein Lieblings-Marvel-Superheld? Habe ich nicht. Kein Marvel-Superheld. Lieblings. Finden alle gut. Immer noch Iron Man. Hamburg, Berlin oder Sektor? Berlin. Berlin. Das ist Berlin. Eine Frage interessiert mich privat. Was ist so geil an sauren Gurken? Ich habe sehr viel heute schon über dieses Thema geredet. Aber saure Gurken sind erfrischend. Und saure Gurken kann man immer essen. Saure Gurken sind ein ewiges Essen. Sie sind einfach fein. Ich liebe sie. Sie schmecken gut. Ich liebe saure Gurken. Sie sind knackig. Sie sind ein perfekter Snack. Und sie sind dazu auch noch gesund. Auf eine Art. Dein Blick, wenn um dich herum alle Menschen plötzlich anfangen zu schweben. Mein Blick? Danke, Nina. Gerne. Ja, danke.